Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders, hier heute Ding am Start Ähm, wo sind wir jetzt mal stehen geblieben? Ja, in diesem komischen Wüstenwurmgebiet, genau Und jetzt müssen wir uns hier irgendwie durcharbeiten In... wie die letzten Profis müssen wir uns hier durcharbeiten jetzt Äh, yo, yo, wo sind das viele? Äh, okay, erstmal machen wir das hier kaputt So Jetzt machen wir jetzt erstmal die Kiste und gucken, was es hier alles gibt Hier ist überall Seuche Komme ich irgendwie da hoch? Ne, erstmal nicht Wie könnte ich da hochkommen? Indem ich das Teil Da hinschieße Und das bringt mir gar nichts Ich muss jetzt irgendwie Irgendwohin kommen, wo ich weiß noch nicht, wohin Wir schießen das Ding einfach mal dahin Bart, kalt wie eine Hundeschnauze Hm Hm Okay Warte mal, hier unten ist Seuche, aber Boah, ich hab da jetzt eins durchzuspringen Aber ich tu's Ja, klar Achja Die sind da so versteckt, ja Da komm ich nicht an die anderen, die Pisser, okay Okay, dann nicht Ich dachte, wir wären Freunde Aber dann nicht Gucken wir erstmal, was es hier gibt Das ist mir... Boah, hier sind so viele Ähm, gut, 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 gut Dann holen wir uns erstmal die Kiste Hier ist unser Lebensteil Ich glaube, das ist auch... Ne, wir brauchen noch eins Alright Das Ding ist, wenn wir da runterspringen Sterben wir Oder? Ne, wir sterben nicht Aber wir müssen da rüber Äh Okay Das ist mir gar nichts Können wir da rüberfliegen Wir probieren's mal aus Äh, das war ja klar Dass das nicht geht Okay Okay, okay Ich hab noch nicht den Sinn des Rätsels verstanden Aber Wir kommen da hin Bestimmt Irgendwie Kann ich da... Komme ich da hin mit dem Flugportal? Geschafft Bringt mir das was, ist die Frage Nein Hm Ah, ich glaube, ich muss das Ding dahin schießen Damit ihr das auf... Ah, okay, ich glaube, ich hab's gecheckt, Freunde Okay Wir brauchen mal Datei hier Natürlich haben Genau So Sehr gut Das haben mal Kann das nicht da runter Das muss aber da runter Das muss da runter Hab ich gesagt Sonst geht mein Plan nicht auf Wie das Ding sonst funktioniert Das ist aber nicht so gut jetzt Ich kann mich da dran hängen Noch mal Nein, ich kann mich da nicht dran hängen Warum? Ich verstehe nicht ganz Wie ich sonst fortfahren soll von hier Wenn ich mich da nicht dran hängen kann Hm Kann ich das da runter vielleicht? Nein Nein Hm 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 Ja, da kann man hier unten durchlaufen, aber ich muss das da in Berührung kriegen. Also das macht halt keinen Sinn. Hm. Hm. Okay, wir nehmen das mal mit. Aber nein, ich kann da ja nicht drauf, ist das Problem. Kann mich da ja nicht draufstellen, also bringt mir das ja nichts. Hm. Ich bin verwirrt. Ja, ich bin verwirrt. Die sind alle zuerst, wenn ich das werfeier, dann gehen die runter, aber es ist mir egal, ob die runtergehen oder hoch. Hm. 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 Okay. Wir versuchen nochmal da oben hinzukommen Das schaffen wir nicht zu kurz dafür Das ist zu kurz Da kommen wir hin Oder da sind wir hingekommen irgendwie Wie sind wir da hingekommen? Ja, das hat uns auch nichts gebracht, oder? Hat uns das was gebracht? Ich glaube nicht Ich muss da hinten irgendwie rein Ich muss hier irgendwie reinkommen Wenn es hier so ein Portal-Ding geben würde Das wäre episch Aber Ich bin verwirrt Ja, ich bin verwirrt So sehr verwirrt Hm Hm Das wäre kein Ding, wenn ich das Ding da runter schießen könnte Das wäre ja Aber der geht da nicht runter, der Bastard That's the fucking problem Wenn ich den da runter batchen könnte Easy peasy, lemon squeezy Aber Der will nicht Der kann nicht Nee Hm 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 Da komme ich ja nicht drauf Da ist nichts mehr Hm 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 Wenn wir zurückgehen Da war auch nichts mehr Besonderes Da war einfach nur Wasser Von da sind wir ja gekommen Ich würde mich nicht alles täuschen Ja ja, von da sind wir auf jeden Fall gekommen Da war dieses eine Art Fakt, wo wir nicht drangekommen sind Und unter Wasser war da vielleicht irgendwo ein Gang Um ehrlich zu sein, das sieht nicht so aus Hm 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 Da nicht Das hier ist der Stein, der Phelps Das können wir auf der Karte sehen Da ist auch nichts drin Mit den roten Dingern kann ich auch nicht interagieren, oder? Okay Okay So Wie wir da haben wir das Ding kaputt gemacht Da kommen wir nicht hoch Müssen wir da hoch, ist die Frage Nein, bestimmt auch nicht, oder? Da kommen wir nicht mehr so hoch Okay Warte mal Wenn wir da reingehen Ich muss das ausprobieren Ob da irgendeiner von den hinteren Verschwindet Boah, jetzt hab ich's nicht gesehen Das sieht man dann ja auch nicht Alter, das ist ja Man kann's ja mal ausprobieren Hm Boah, doch, ich kann da Ganz knapp nur drunter schauen Was für ein Bastard Was für ein Absoluter Bastard Okay 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 Good job Ja klar, die werden nicht von diesem Drecksfücher gefressen, ne? Ja, dann kommt ran an meine Seite Damit's witzig wird Die können nix machen Die sind mir einfach so ausgeliefert Oh Komm hier rein Das ist witzig Ich versuche Was für ein bisschen Okay So Das ist ja nicht badass Gut Das ist schon mal schön Dass das hier runter gekommen ist Das Ding ist, hilft mir das Weiter bestimmt irgendwie Bestimmt Das muss mir weiter helfen Okay, wir haben da ja auch richtig viel Zeit mit verschwendet Muss ich sagen Das hat nicht mein Herz mit Freude erfüllt So viel Zeit mit diesem Crap zu verschwenden Ach Jungs Ihr nervt Oh, hier ist irgendwo noch einer Dahin Ach, scheiß Okay, das war's oder was Kann ich mir nicht vorstellen Wo will Ähm Wo muss ich hin Ist die Frage Da sieht's mir ziemlich Nach Wurm aus Hier sieht's mir ziemlich Kaputt aus Aus dem Loch bin ich gerade gekommen Ich laufe mal hier lang Hier sieht's mir Nach Gegnern aus Ist das Ach, ich bin morgens Ein... ? Lassis Ach, ich bin morgens Das ist Ich brauche Das ist Ja ich bin morgens Wir Niye Das ist Das ist Und Weil so ein Brechwiss zogen. Woop! Oh, ja, ja. Damage, 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 damage. Oh, den hinteren sehe ich nicht. Das ist unfair. Greift jetzt doch mal an. So, der ist tot. Der ist tot. Wo ist der andere Spast? Jo, komm mit mir, Bro. Komm mit mir, Bro. Nimm diesen Narren sein Leben. Okay. Okay, es ist an der Zeit. Ha, ich bin auf jeden Fall spannend, was du zu sagen hast, nachdem du noch einen mit umfällst. Wie war das mit meiner armseligen Magie? Ich glaube, ich habe den dicken Wanny gedrückt, dem Stück Scheiße. So, jetzt ziehen wir uns erstmal. So eine Mistmada aber auch. Ja, ja. So ist das. Unwürdig. Unwürdig. Hier können wir, ich glaube, ein gutes Päuschen machen, bevor wir uns weiter bewegen. Das haben wir gut gemacht. Das Reset hat uns ein bisschen aufgehalten. Aber wir haben es trotzdem irgendwie hingekriegt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, meine übergeilen Pelikanen. Also, das ist ja noch mal. Danke.